So, und willkommen zum Spiel, wo ich mir die Namen der einzelnen Squares nicht merken kann. Falls jetzt irgendjemandem aufgefallen ist, ich bin Richtung Koto Square gerannt, wir müssen aber Richtung Yum Square. Hmm, clever. Okay. So was kann aber auch nur mir passieren, glaube ich. Oder immer noch. Oder müssen wir zum Koto Square? Ich habe keine Ahnung. Beim Koto Square habe ich auf jeden Fall so einen Yum-Key gefunden, also von so einem Niedermann-Ned-Navy. Vielleicht war das doch, ich weiß es nicht. Und? Oh doch, oh, war es sogar richtig. Hui. Ich musste zum, eher zum Koto Square, da habe ich unten rechts ein Yum-Key halten. Ich hätte nie gedacht, dass das richtig ist. Hmm, nett. Egal, ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl, es ist immer noch alles so leer und schwarz und... Ja, und ich habe mir noch beim Koto Square auch... Oh, das ist das Programm Alarm. Ähm, habe ich mir auch noch einen Anlocker gekauft für 4000. Äh, mein Gott, war da teuer. Und jetzt muss ich flüchten, denn ich bin ein böser Niedermann-Neddy. Die Musik ist cool. Okay. Hm, wei, wei. Puh, äh, das ist... Ne, Puh, äh, legt den internationalen Schatz hin, sonst werde ich sich vernichten, Virus. Das ist... Spooky 3... Na... 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 Nech. Ich mag keine Spookys. Ich mag überhaupt keine Geister. Geister sind fürchteimpflichend und böse und... Tun einem weh und sind böse und tun einem weh und... Ich wiederhole mich grad die ganze Zeit ab, es macht mir Spaß. Okay, komm, das Lied. Komm, komm, komm. Schön. Irgendwie hab ich das Gefühl, wenn ich dem jetzt noch Damage zufüge, dass er sich gut erwartet. Noch nicht? Noch nicht. Okay. Jetzt alles oder nichts? Wahrscheinlich eher nichts als alles, aber... Doch, passt. Ein Schlag ins Gesicht. Mit der Gutsman-Punch-Faust. Ach, kommt. Ich möchte euch doch gar nicht zerstellen, ihr seid doch einfach nur hilflose Net-Navys-D. Nein, komm. Komm, mir kostet mir nicht nur furchtbare Zeit. Äh, furchtbare Zeit, genau. Zapf, zapf. Na komm, lass dir eine Meteor-Auro unterhageln, du böses Himmel des Net-Navy. Und es ist ein schöner Tag, an dem ich viele Sachen mag. Ach, das ist jetzt nicht ernsthaft. Ich will dich auch nicht zerstören, aber... Ihr lasst mir immer wieder keine andere Zeit... Äh, andere Zeit. Keine andere Chance. Versteht doch, ich bin eigentlich ein friedlicher Net-Navy und... Ich habe nur friedliche Absichten im Kopf. Und ich labere wieder mal einen Haufen Bullshit. Komm, jetzt her. Jetzt ist es auch. Jetzt ist Schluss mit lustig. Umkreise das Vieh. Auf. Eh doch. Und... Komm, das kostet mich schon wieder viel zu viel Zeit. Und wer sich auch fragt, warum ich bei diesen Kämpfen immer nur so wenig Zeit brauche, obwohl ich dafür zum Beispiel eine Minute brauche, in diesen Pause-Menüs wird die Zeit nicht mitgerechnet. Das heißt, man kann eine halbe Stunde lang in einem Pause-Menü rumhocken, ohne dass irgendwas passiert. Und Quick-Man habe ich auch besiegt und als Vettel-Shipper halt nur den ersten Mal. Ach. Jetzt werde ich euch gleich mal erzählen, was er kann. Und. Ah. Perfekt. Quick-Quick-Man. So. Quick-Man kann seine Lieblings-Attacke. Er wirft seine Säbel dahin und. Buss. Und dann. Wenn ich ihm noch Damage zufüge, vielleicht recovered er sich wieder, wie im ersten Teil. Und. Was sage ich? Mein Gott. Ich weiß es nicht so gut, aber. Das heißt, ich werde ihm jetzt 10 Damage damit abziehen. Versuchen abzuziehen. Vielleicht auch nicht. Und dann werde ich die Time-Bomb aktivieren. Drei. Zwo. EIN. PUFF. Hehehe. Magdins Puff macht. Als die Sekunden-Recovery-50 geht, das sieht doch gut aus. Folder. Ähm. Recovery rein und dafür kommt die 10er raus. Ich habe hier noch ein 10er-Ding. Ich weiß auch nicht warum, aber. Er gefällt mir halt. Und ich habe auch herausgefunden, was man mit diesen Bug-Frags macht. In den Bug-Frags kann man auch Dieb. Ich werde dich stoppen, du wirst nicht gegen das Sitz ankommen. Egal, äh, mit diesen Bug-Frags kann man sich auch am Koto-Square verschiedene Sachen kaufen. Die ziemlich nützlich aussahen, aber keine Ahnung, ob sie es wirklich sind. Das wird sich im Laufe der Zeit herausstellen. Vielleicht auch nicht, weil wenn ich jetzt weiter so spiele, dann ist blöd. Oh mein Gott. Ein Bunny-Hase, der mir böses will, noch ein Bunny-Hase, der mir böses will. Eigentlich nur ein Bunny-Hase, der mir böses will, aber. Es fühlt sich als würde sich an, die zwei Bunny-Hasen, die mir böses wollen. Oh, Recovery. Jetzt nochmal hochpowern. Ah, böse, 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 böse. Und ich laufe voll in den Bunny rein. Komm, machen wir das doch ein Ende. Oh, komm, 3, 2, 1 und Puff. Und. Ja, komm. 3. Jetzt verkriecht der sich wieder nicht zum Glück. Der verkriegt sich jetzt wieder hinter dem Dings. Okay. Well, so warten, äh, what. Also. Es ist in Ordnung, da wir Elektropia reiten, los, lass uns uns schnell zu dead bringen. Er wird sich schon Sorgen machen, okay. Zum Glück können wir jetzt einfach ausloggen. Ach komm, jetzt. So, komm. Ich möchte auch gar nicht mit ihr reden. Dead, dead, dead. Oh, dahinten bist du. Egal, ähm, ja, los, dead, wir brachten dir das Programm, und, ja, toll, ja, Jamsquare, und, ja, ah, da, buff, und, schu, und, schu, paau. Klickklick. Ja, schön, und. Okay, ich hab das Programm endet. Dann kannst du mir dein Padline, ja natürlich. Äh, komm. Okay, los. Ich insidiere das neue Programm, klickklick. Schön, und. Klickklick. Ja, wir haben's kapiert, das macht klick. Äh, nur ein bisschen länger. Ja, los, yes. klick klick ja kommt fertig da besorgt in Ordnung ich denke ich fühle mich wie bevor der Insolation Sieg zu stellen äh es wird noch nicht sofort anschlagen wir gehen genug von ja die neue Kraft die B B B B oder ist wer 9 nicht los kommen ja okay okay ich werde es versuchen hier das kommt okay ich habe aber und das Gefühl das heißt d ich mag so und weiter geht die kleine Schwestern die immer mit Hilfe bei Mathe haben wollen okay jetzt wird sie auch nicht für unsere Zeit ist aber ich werde zu suchen auch in ein Video hinzubekommen sonst mache ich und sind heute zwei kurze Folgen um muss auch hier Papel Net Navy Prozent ha 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 you all fool Net Navy Schellermann äh wird sie in den Motor kommt für den Zinn aus dem Rhein ein Klingel und dann da ist der ich nicht will so freut mich auf der Taktik ich komme zu spät für euch alle löschen an Kuh vor Ort K ja cool ich weiß nicht wie ich nicht besiegen soll ich hab dich noch nie gesehen aber das war doof Rato so gift 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 ach so okay ähm ich hoffe ich schaffte dann in diesem Video auch kommt das ist nicht schön wie soll ich sie bitte schon besiegen ähm ja clever gibt es hier irgendwie ne Taktik bei die ich bisher noch nicht verstanden hab äh Alex Zord vielleicht nur mit Zords kann man den besiegen also dass er dann um die Ecke denken muss und dann ja so kann ich ihm auf jeden Fall schon mal Damage reinhauen äh ja schön ähm toll äh ja das ist toll mhm so da schön wie sollte die Teilen ausweichen hallo hallo tot genau da mache ich für heute und man sieht sich beim nächsten Mal äh so so